Und was ich mir dann gerade gedacht habe, ist, dass es eigentlich sehr spannend ist, dass es, glaube ich, in vielen Fällen deswegen nicht so die gleiche Konnotation hat, weil man ja, und da sind wir wieder bei unserem alten Feindbegriff der Produktivität, weil man, glaube ich, in vielen Fällen das als weniger produktiv erachtet, wenn man nicht etwas macht, das ein konkretes, mit der Hand zugreifendes Arbeitsergebnis dann irgendwo rausbekommt. Und das finde ich eigentlich einen verrückten Punkt, da quasi so mal dran zu denken, weil das aus dem Sport einfach, das ist einfach unmöglich, so zu denken. Ist das, ja, ja, lass uns spielen und dann trainieren wir vielleicht mal so alle drei Wochen, also quasi nach zwei Spielen können wir einmal trainieren, weil das ist ja nicht so produktiv. Also ich möchte ja dann im Wettkampf meine Energie, möchte ich ja in dem Wettkampf stecken und dort etwas quasi reinbringen und dann irgendwie rausholen können und nicht, wieso soll ich im Training laufen? Ich muss ja im Wettkampf laufen. Und das ist aber, also wenn man es aus dieser Sportbrille sieht, ist das vollkommen verrückt, so zu denken, aber gleichzeitig, wenn ich jetzt auch an meine eigene Arbeit in vielen Fällen denke, ist genau das Gleiche. Weil man sich dann denkt, naja, aber ich müsste ja die Zeit, die ich irgendwie in irgendein neues Programm ausprobieren stecke, also muss ich das wirklich? Ich meine, ich könnte das Programm gleich nutzen, um dann etwas zu erstellen, was ich sofort verwenden kann, quasi eben in meinem Projekt oder in der Arbeit. Was eigentlich auch verrückt ist, weil ich meine, man kann sich auch die Zeit nehmen. Also es ist ja eigentlich dieses Time-Blocking-Thema, was wir ja schon mal hatten. Ist das klar, du musst nicht alles Time-Blocken, aber genau sowas solltest du Time-Blocken wie Training. Nämlich, mach ein Time-Blocking für, du übst ein Verkaufsgespräch mit deinen besten Freunden. Oder du hast eine Stunde, wo du nur mal komplett unnötig herumklimperst in dem einen Programm, einfach nur um zu schauen, was es kann zum Beispiel. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, wie man da rangehen kann, dass man, und ist wahrscheinlich nicht für alle Arbeitsbereiche so machbar, aber ich finde es einfach sehr interessant, sich das mal vor Augen zu führen, dass dieser Zugang einfach ein bisschen eigenartig ist, wenn man diesen Trainingsbegriff so hernimmt im normalen Arbeitskontext.